Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Spinner Challenge. Spinner Challenge ist gar nicht so leicht auszusprechen, selbst für den Papa. Das ist ein Spiel ab sechs Jahre. Und im Urlaub, da haben wir es dabei gehabt, da sehen wir nachfolgend auch mal einige Sequenzen. Es sind in diesem Spiel gleich vier Spinner enthalten. Der Elias hat den grünen und 20 Aufgabenkarten. Und die Aufgaben, ja, die versuchen natürlich die Mitspieler zu lösen. Weil wer am Ende die meisten Aufgaben gelöst hat, beziehungsweise nicht gelöst hat, die meisten Aufgaben vor sich liegen hat, Karten vor sich liegen hat, der gewinnt das Spiel. Das sind einige leichte, einige schwierige Aufgaben. Bei manchen geht es darum, bei wem der Spinner am längsten dreht, wer es am schnellsten schafft. Das sind hier in dem Fall die Karten. Und sofern die unklar sind, dann werden auch die hier nochmal erklärt auf der Übersicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen ein paar Sequenzen rein, wie wir es gespielt haben. Die Telia ist jetzt schon wieder dabei und versucht die ein oder andere Aufgabe zu lösen. Ich sage einfach mal Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020